Mein Name ist Lena, ich bin 20 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing im ersten Lehrjahr bei Bräuninger in Stuttgart. Ich habe mich damals für Bräuninger entschieden, weil es hier in der Region natürlich auch ein sehr angesehenes Modehaus ist und sehr groß. Das heißt, man hat natürlich auch sehr viele Möglichkeiten in dem Unternehmen zu arbeiten, sei es die Abteilungen kennenzulernen sowie Aufstiegsmöglichkeiten. Das war mir einfach sehr wichtig. Was mir ganz arg viel Spaß macht an meinem Beruf, sind gerade zum Beispiel mit Figuren zu arbeiten, weil man da natürlich ein ganzes Outfit zusammenstellt und es dann so stylen kann, wie man es selber vielleicht auch tragen würde oder vielleicht auch gar nicht tragen würde, aber mal was Neues ausprobiert und da kann man so seine eigene Ideen einfließen lassen und andere Leute inspirieren. Bei unserem diesjährigen Sommerkonzept, das heißt Sound of Summer, da geht es eben um dieses Hippie- und Festival-Style. Das soll jung und frisch sein und aufregend und so ein bisschen extravagant, viel franzen, viel weite Sachen. Wenn ich die Ware fertig rausgesucht habe und die Figur hier stehen habe, dann tue ich praktisch die Arme raus und tue eventuell den Oberkörper rausdrehen und dann ziehe ich die eben nach und nach an, je nachdem was für ein Kleidungsstück ich habe und am Schluss style ich das noch. Das heißt, ich gucke, dass alles sauber liegt oder je nachdem, in welcher Abteilung ich bin, möchte ich vielleicht extra Falten legen, zum Beispiel am Arm. Ich finde, Bräuninger ist ein total guter Arbeitgeber, weil man hier einfach super viele Chancen hat. Man kommt in jede Abteilung, vom Wohnen bis zu den Damen und in die Schuhabteilung. Man sieht einfach komplett alles mal und kann überall mitarbeiten und so ist man einfach auch für die Zukunft total super ausgebildet. Also mein Ziel für die Ausbildung ist, dass man eventuell mal selber so einen kompletten Bereich übernehmen kann und da für die Deko und für das VM zuständig ist und das super machen kann. Und ansonsten würde ich eventuell auch gerne mal studieren und eventuell bin ich ja dann irgendwann mal für die Konzepte wie Sound of Summer zuständig. Ich bin der Konrad, Auszubildender im zweiten Lehrjahr hier in der